So, einen wunderschönen guten Tag, ähm, ja, heute spielen wir mal wieder ein bisschen Back to Saturn X, ähm, ein neues Fenster, Back to Saturn X, nein, Episode 1, so, äh, ich werde heute aber auch noch ein bisschen, ähm, Extermination Day spielen, allerdings, jetzt erst mal wieder ein bisschen Classic, Och, bei mir scheint gerade die Sonne, möchte ich rein, ich hoffe, ich sehe was auf dem Bildschirm, Ähm, ja, wir sind hier gerade mal bei Map 7, ist ja interessant, ähm, Ok. Ahha, ich nehme ich mal auch ein bisschen mit was, komm, verbrochen. So, ausgestattet Silpfer, Was ist die, was? Bruder, was? Ich hasse das, wenn die, wenn diese Türen automatisch öffnen. Ähm, weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir. da hinten ist die gefahrt da tut ok ok ich höre eine spinne und ich habe gerade auch eine ganz dünne spinne gehört hallo hat immer wieder nichts gebracht ok gibt es mehrere spinnen gut dann gehen wir mal auf konfrontation ok so hallo hier auch nicht mehr hier kommen wir schon mal nicht rein da bin ich bei diesen treten muss man nicht aufpassen wo man praktisch rein ist dann nehmen wir mal nehmen wir dich ja komm ehrlich da hier vorne ab dieser stufe werde ich jetzt bremsen ich werde jetzt mal anlauf nehmen ok das war ein bisschen zufrieden guck mal wie lange brauchen wir zum ausbremsen wenn ich jetzt jungen bin ich rutsche praktisch in den raum rein doch es war gut ach die habe ich gehört aber die scheiße um ganz ruhig zu stehen irgendwie scheint sie mich noch nicht zu beachten was habe ich gehört also doch hat irgendwas geöffnet nämlich blöd na komm her ja ich würde jetzt garantiert gegen die wand schießen deswegen versuche ich mal zu hoch für möglich zu kommen so wo treffe ich die überhaupt ne ich treffe auch was anderes was sieht die hä was sieht die der äh bitteschön an ah doch ich treffe die ok na gut doch war gute arbeit oh 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 ähm nein ich nehme mal die hier da wird nicht hallo hallo wo ist denn die andere hallo ach da hier öffnet sich doch immer irgendwas ich höre doch hier andere Türen klappen ich bin bescheuert ach ach so das hier ist ein fucking secret ich habe mein verderben gefunden mein verderben ähm ich nehme dich ha wie ich die zerfickt habe so haben wir wieder ein bisschen schrotflinte bekommen mir wird gerade mächtig kalt weil ich kein Fenster aufgemacht habe da sind leute die mir nicht freundlich gesonnen sind boah alter wie viele gefickte Fäger sind denn da wenn ihr irgendwer irgendwer zerstört dann zerstört ich euch und nicht andersrum komm 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 nein komm 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 ja 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 perfekt oh äh Leute sind jetzt sogar drei äh scheiße okay bam uah ich habe natürlich voll in die Hose gemacht oh Gott wie viel sind denn da aber wie jetzt bleiben die alle da oben die könnte scheinbar die Treppe nicht passieren Digger ja okay also die Map wird nicht ganz so einfach ich habe das Gefühl dass das äh back to saturnächtig doch wesentlich schwerer ist als ich dachte nur ich meine wir spielen ja auch auf ähm ähm äh sehr schwer einfach um den Erwartungshorizont ein bisschen hoch zu halten also um es ein bisschen spannender zu machen aber ach ach die war ja ah Mist das war die Waffe die Leerwahr das ist natürlich scheiße ich brauche Munition gibt es hier irgendwo Munition nein hier gibt es nur für ähm Rocket Launcher da gehts runter ok ich versuch aber erstmal einswertig zu machen nicht dass ich hier mehrere Frontenkrieg also ein lalala einen mehrere Frontenkrieg anfange Gott schwere Sprache gut dann blöb ich erstmal bei der Waffe hier Schroß wird's noch nie bloß viel mehr von Alter dann halt noch so scheiße also gibt es hier schon wieder mehrere Endbosse naja einfach mal ne sterben danke sooo das war schon mal gar nicht so schlecht ach jo bin ich wieder äh äh jetzt bin ich unten hä oh ho bitte weg nein so was er geht hallo hab aber deine Praxis keine geht doch interessant gut ich habe voll wie kann ich ja wie gehts hier lang uah 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 meine sagen etwas sie visieren das hat mich gerade gefunden nein 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 ich wollte doch ich wollte doch nicht Ich kann mich hauen! Alter! Wurde, aber ist halt zurück hier! Bitte geh weg! Bitte geh weg! Bitte geh weg! Bitte geh weg! Nein, bitte geh weg! Du musst weggehen! Alter! Nein! Ach Leute! Ach Leute! Komm her! Von euch war niemand eingeladen! Äh! Danke für dein Leben! Was kram ist da drauf? Ist auch schon wieder so fisch! Alter! Alter! Wow! Ey, das ist wieder weg! Komm her! Komm her! Komm her! Oh, Alter! Ist denn hier los? Okay, ich geh jetzt mal hier hin! Dankeschön! Aha! Weiter! Schaut mal da! Ja! Ich weiß nicht, wie ich da hin komme! Aber ich kann da möglichst da hin! Oh, Alter! Oh, was ist denn hier? Einmal Berserker-Pack! Einmal Berserker-Pack! Boah! Muss ich mir merken! Berserker-Pack! Berserker-Pack ist immer gut! Alter, wo bin ich denn jetzt hier? Ähm, hallo! Muss ich hier lang? Ich hoffe mal, ja! Ich hab so was gehört! Oh, Alter! Ich werd jetzt wieder von zwei Seiten mit zwei Angriffen! Boah! Berserker! Wo ist Berserker? Schnell! Dringend mit dem Berserker! Dankeschön! So! Dann bring ich jetzt erstmal auf! Das ist doch gut! Dankeschön! Oh, das ist doch gut! so wird hier aber noch nicht lang gehen weil ich weiß nicht ob man hier normalerweise langkommt womit jetzt lang da nicht hat sich hier irgendwo langlaufen wo ich eigentlich noch nicht langlaufen darf und dann ist wieder die gesamte nette verstöre kommen doch man ich hatte immer immer irgendwo gegen rent und euch hatte ich noch mehr ein kassel was ist hier los meine wieder ok die tube bleibt zu gut wo sich denn das mann okay habe ich aber nichts gebracht Schade eigentlich. Okay. Ich brauche erstmal einen Gesamtüberblick. Ah, hier starten wir. Hier bin ich rein, bin ich hier raus. Ich gehe erstmal zurück. 2,40. Ich schweige jetzt gerade zu oft ab. Komm ich noch riecheinander. Ich versuche erstmal möglichst... Möglichst... Was? Kein Secret? Mach ich noch. Kein Secret auch nicht. Wo? Ah, komm. Noch mehr? Ah, genau. Ja, perfekt. So, halt also. Und hier komme ich rein. Alles klar. Die Tür habe ich jetzt soweit so gut. Dann mache ich jetzt die andere Tür. Die hier. Okay, die geht nicht. So, war hier noch irgendwas. Die Seite... Aber die wurde nicht weitergekommen. Oh! Nett. Okay. Alter, ich... Hoffentlich mache ich gerade alles richtig. Dankeschön. So. Kommt, tut nichts. Schade eigentlich. Genau, hier habe ich bereits alles gesichert. Darüber kommt ich nicht. Nein. Okay. Man muss mich verraten. Wie, wo du da ist? Daher habe ich noch gepflegt. Ich bin mir da, ganz schön. Ja. Ich bin mir da. Ich bin mir da. Ich bin mir da. ging einigermaßen so habe ich den blauen schlüssel jetzt kommt also hier lang speichern auch wenn ich davon ausgehen dass hier in diesem level überhaupt irgendwas sicher ist auch wenn ich nicht davon ausgehen habe ich das so gesagt ich weiß nicht jetzt komme ich hier wo ich vorhin drauf gesprungen ok also jetzt kann ich mich hier um frei bewegen weil jetzt darf ich auch rauf auf die ziel nein nein ich versuche ob ich da noch rauskomme das ist mir ein bisschen unsicher oh gott oh gott oh gott also obwohl ich meinen bildschirm auf dem gamma wert von über 5000 gestellt habe ist einfach gar nichts ich sehe einfach auch nö oh oh du kassel ähm helfer kann ich runter ähm ach die scheiße helfer oh nee also hier sind überall fischer ah ok jetzt nicht wieder am anfang ach so da war ein ausgang lol das war ja ein weg ist das auch ein weg ja das ist auch ein weg das ist ja mal nice dann gibt es, alter, dann gibt es hier vom startpunkt das gibt es hier vom startpunkt 1, ne wie der da reinführt 2, 3, 4, 5 Wege die man gehen kann alter, was das heißt für eine verzweckte Map ich habe dezent angst, dass ich mich hier komplett verlaufen werde allerdings habe ich schon zwei drittel der fischer, äh, wie gesagt schon mal drittel drei fünftel der fischer das heißt also, die nette, äh, 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 neigt sich langsam tatsächlich dem Ende wir waren also schon fast überall das ist schon mal beruhigend na komm her danke, was ist hier? ein bisschen Paketen Munition kann auch nicht schade, ah ja, das brauchen wir ganz dringend wir schauen mal hier oben am besten wisst ihr was, ich gehe erstmal hier rauf und sicher den Raum von oben ach ja, hier sind ja auch noch viele Fischer da kommt der oh, alter wie schiesst dich denn? nein ach, du kacke ähm ach, ich brauche keine Munition ich brauche Leben, Junge was ist denn mit hier los? hast du dich gekifft? oder habe ich die Sachen nämlich hier noch gar nicht gekauft also, warte mal ganz kurz suit gratis doch, hier ähm drop's item based around player states heißt also, wenn ich fast tot bin, dann würde ich gefällig Leben haben äh ich krieg Munition, alter ich glaub es nicht ach komm, die leck mich das ist ja Verschwendung von Ressourcen hier das ist ja Apfel von Gut und Böse alter, der ist ja bescheuert so, komm ich hier rüber äh wobei ich grad gesprungen bin ich glaub das war nicht in den Effekt der Map komm mal her zu mir kommt man da lieber rüber? ja ach, hier ist auch nicht ok, ok, ich glaub ich glaub man kommt irgendwie äh, 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 doch schon ich glaub man kommt offiziell rauf Alter, wo sind denn diese Fischer? ich hör hier überall da muss ich gleich nochmal rein da, diese Stufe ich glaub da kommt man rauf ich muss wohl ein bisschen Akrobatik skil- jawoll, man kommt ja rauf nice ok dann erstmal ein bisschen aufräumen ok oh 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 man jetzt wo bin ich denn jetzt hier? wie soll ich überall hängen? na genau mach das bitte nicht alle und der überlebt spendiert den Eis dankeschön was soll ich da sein? was soll ich da sein? oh 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 sehr nett nice ich habe noch was ach oh was denn da los oh oh wo kommt die denn her? hä ich habe hier alles gesäubert alter da wow noch was? was ist das hier? kein secret? er sagt jetzt? oh hä? ich bin außerhalb der sichtbaren Map nice jetzt lass ich mal fallen nimm mal den nächsten und so wir gucken äh also hier war ich überall schon so hab ich schon drüber? ah na klar das ist hier genau das war jetzt noch alter die leute die leute fuck my life so da muss ich irgendwie wo muss ich jetzt lang? ah ok kommt noch auch rüber oha ähm ah hier bin ich wieder ok okay ochre oh сы não nein se实 nein seht nein seht nein nein ls das war teil mit der dritten generation so will ich aber zurück ich habe nämlich hoffentlich noch da ich bin ja nicht ich habe besonnen da war doch wieder eine andere wohnung und der spieler das ding das ist schon lange nicht mehr da doch ich will doch hat beschausten von ruden das macht auch den sinn der musik werden wir das kommt noch mal was war denn das kann ich nicht gesehen scheiße alter nein hier ist noch nicht da also ich will ich sie einfach ich muss versuch mit den rutsch immer so sehr viel zu geben und diese die ich will das nicht so was ich finde war kaut aus dem weg auf ach so hier hier was leute da kommt ja noch diese idee 3 zu packen auch so kacke Nein! Okay! Ich werd doch hier unten! Tschüss! Alter, ich wusste, ich bin da oben auf die... Hier fließt gar keiner! Ach, hier hinten! Und wieso... Hatte ich mich denn schon gleich gesehen gehabt? Alter, wie... So, nein, ein bisschen durchsprecher... Alter, drei Cyber... äh... äh... Spidermaster meins! Wollen sie mich hier verarschen? Oh, ich versuch mal hier ein bisschen... Oh, Alter, das ist nein! Oh, die hier unten! Ach, weg mich! Nee, nee, ich glaub, das wird hier nicht! Ich weiß hier gar nicht, wie viel lang muss! Die erste ist weg! Boah, Alter! Spalter! Ich glaub, ich muss hier vorbei! Jawoll! Hast du keine Runen? Scheiße, Alter, die haben auch keine Runen... Boah... Normalerweise lassen diese, äh... Großen Fischer fast immer nur einen, äh... Runen liegen... Aber leider hier diesmal nicht! Aber sie haben sich gegenseitig für den Garten fertig gemacht! Ich komm also vielleicht noch einmal so ein Ding und dann... Weißt du eigentlich nicht? Na komm! Nein, komm nicht! Ähm... was nehm ich? Weil mit schönern dieses Spider-Master meintest... Die haben relativ wenig Verteidigung! Von daher sollte das nämlich schon fast ausreichen! Oh, wow! Außer natürlich, die sind vollgehend woanders hin! Ja! Ich muss aufpassen, dass ich jetzt nicht... Vielleicht in die nächste Falle renne! Jawoll! Wird auch keiner liegen lassen... Haben wir uns nicht los! So, da waren wir... Oh! Check the Secret! Äh... Erstmal hier wieder ein bisschen unsere Werte aufsprüchen... Das ist ja eher... Bedauerlich, als irgendwas anderes... Okay... So... Oh! Oh! Oh, komm! Ah, perfekt! Okay... Aber ich glaube mal, wir gehen noch nicht ins Excel... Wir gucken mal noch den anderen Weg hier lang... Wahrscheinlich ist das ein Sieg wird... Oh! Ähm... Ja, guck... Alter! Wie schwach bin ich denn als Evernant? Ist ja fast was schraubig! Na komm! 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 Oh! Oh! Jawoll! Ah! Ich glaub's nicht! Aber... Nein! Nein! Nehmen wir mal auf hier! Perfekt! Oha! 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 Was ist denn? Ich hab' schon beschlossen! Okay, ich hab' schon beschlossen! Okay, ich hab' nichts! Ich hab' schon fast ein bisschen schade! Boah, Alter! Jetzt wär' jetzt... Oh nein! Wollen wir ja eigentlich alle verarschen? Oh, komm 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 komm! Ich häng' fest! Ich häng' irgendwo fest! Oh, jetzt warte' jetzt mal kurz! jetzt von ihr siehst du gleich wieder einer mal geht das hat auf zack wird gar nicht so komm ich hierhin ich war bereit da war der irgendwo schon fertig gemacht habe das war ein bisschen aufräumen für mich mal mal die festen so von hier wurde ich auch an die griffen hier gibt es aber keine mehr irgendwo müssen aber noch gegner sein weil ich habe ja noch nicht die meldung bekommen dass alle gegner tot sind so da ist es hier rein gehen kann ich also praktisch schon aber wo muss ich da herkommen ist sowieso gleich vorbei wo muss ich da noch hin was ist das hier eigentlich ach so ach ach diese map ist einfach so fucking verzwickt ok ich habe fünf von sechs sequels ich sehe gerade hier hinten ist ein grauer strich das könnte bedeuten dass da irgendwas ist wo ich rein kann aber normalerweise ist grau was ich habe ich habe nicht ich habe nichts gelernt wir brauchen wir können mal ein paar paket ich habe nicht zu kommen weil ich ja nicht der wird es so viel zu verbraucht ich habe nicht zu kommen aber nicht zu kommen weil ich habe nicht die ganze Zeit so viel zu verbraucht die dinger scheibe automatisch zu gehen und zwar genau so dass man selber mein herzinfarkt bekommt so das hat das kommt schon wirklich viel gesperrt aber ist ja der übergang hier war es nein das ist bloß eine ach da hinten ist noch was sie hier da ist noch was wo doch nicht ach da geht es noch ein wo doch nicht ok aha das war meine an hat es war kein secret ich habe in der jagd nach secret muss man immer so auf weiße wände achten also auf sowas hier zum beispiel sie an den raum habe ich zwar gefunden da war kein secret das heißt also ich bin genauso aufgeschmissen wie davor hier ist noch ein bisschen ok schluss hinter haben wir also kurz waffen check ok wir brauchen noch ein bisschen scharfe munition sagte er und war voll ich bin ja behindert klar das war nicht grau weil es ein secret ist sondern weil wir die wasser nicht gesehen hatten da ist schon wieder stimmt das gibt es ja auch noch gut ok da haben wir bereits alles wo das letzte secret ist ich habe keine ahnung allerdings muss ich doch ganz ehrlich sagen fuck off wir gehen erstmal straight in die ziel wo auch immer das nochmal war ach ja dort ach ja das ist eine rüstung stimmt der rüstung kann ich noch mal ganz kurz gucken ach ja da kommt ja das andere haben wir bereits die für schau ich bin doch nicht schau doch wie das ist das secret ok komm wir gehen einfach wir gehen jetzt nach hause äh nicht nach hause sondern es ist hier in euch doch jetzt bin ich einfach nur zu blöd die ganze Zeit nur um die zu gucken ok und na komm na komm perfekt ähm quicksave over your game land ja ja äh gucken wir das aber wenn ich wenn man mit mehreren Spielständen spielt sollte man immer gucken wenn man wirklich in den richtigen Spielständen überschreibt sonst ist man ganz schön am Arsch und das wollen wir nicht nein gut na dann schau auf jeden Fall